Sind wieder an der Oberfläche Begeben wir uns hier wieder in die Freiheit Wo sind wir? Ah, das kenne ich Wir sind hier in der Taverne gelandet Also da führt der Weinkeller hin Sehr durchdachtes Labyrinth Er hat nichts mitbekommen Direkt hier dran Ja, dann würde ich sagen Wir sind soweit Wir haben die Macht des Eises erhalten Als nächstes müssen wir zu den Wächtern Das heißt die Stadt hier Werden wir hier zum letzten Mal sehen Auf absehbare Zeit natürlich Schauen wir doch mal bei der Händlerin vorbei 370 Münzen haben wir insgesamt hier mitgemacht Am teuersten ist die Keule Neben der Katana Aber wie können wir uns nicht leisten Ich glaube die Keule ist stark Aber wirkt ein bisschen schwerer Wir haben ja auch ein Schwert Ich würde sagen Wir heben uns das mal auf Und warten mal ab Was sonst noch alles kommt So, schleichen wir vorbei Die sind gerade am ratzen Das heißt wir schleichen uns jetzt vorsichtig An sie heran Pirschen uns hin Die merken auch gar nicht Dass wir hier sind Wir provozieren es mal nicht weiter Aber wir sind auf jeden Fall Auf der sicheren Schiene Einfach weiter hier durch Bislang haben sie noch nichts bemerkt Wir sind hier super leise Und das war der Titelbildschirm Erreiche die Kuppel der Jahreszeiten Da können wir wieder Eis erschaffen Selbst das hat sie jetzt nicht geweckt Alles in Schnee gesetzt Also erkunden wir hier mal ein bisschen die Gegend Da drüben hört es schon wieder auf Also wir können hier wechseln Finde ich sehr atmosphärisch gemacht Ehrlich gesagt Da ist ein Dorfbewohner Und sie haben immer Süßigkeiten Wer hat immer Süßigkeiten? Heilige Tafel lesen Jule Jule wurde auf den Säulen der Tradition und Ehre erbaut Und trägt stolz das längste Erbe Als berühmter Beschützer der Jahreszeiten Als erste Region Die vom legendären Krieger mit dem Schutze Waldis Beauftragt wurde Dient Jule als Zentrum für Bildung, Kunst und spirituelle Erleuchtung Führe durch tiefgründige Reflexion, Praxis und Meditation Das uralte Erbe des Wächteramts fort Und lass zukünftige Generationen dem Ruf der Helden folgen Diese Marksteintafel haben wir schon mal gelesen Das heißt, die gibt es mehrfach, nicht nur einmal Falls wir also eine verpassen Können wir hier wieder Ich löse mal wieder Sie auch an anderen Orten nochmal finden So sieht es aus, wenn man hier keinen Winter hat Einfach schön hier über den Fluss laufen Wir gehen hier einmal im Kreis herum Über die hier wieder zurück Also hat beides was für sich, finde ich Der Winter war jetzt hier nicht so spektakulär Also der hat relativ schnell aufgehört Und ist auch nichts anderes mehr freigelegt hier Zumindest kein großer Unterschied erkennbar Außer, dass eben das Weiß ausgetaut hat Da kommen wir nicht rüber Er legt hier alles in Eis Wir kommen jetzt hier über diese Von Eis erschaffene Schneebrücke Den machen wir auch mal Die ganzen Dornen hier verschwinden Also hätten wir auch die Truhe freigelegt Hier in unserem Versteck Der Wasserfall ist verschwunden Er hat uns hier die Truhe freigelegt Du hast gerade 55 Münzen erhalten Hat sie also auch wieder gelohnt Wenn es so weiter geht Dann können wir uns schon bald Das Samurai Schwert leisten Und so eine Katana ist ja auf jeden Fall sicherer Da beginnt der Fluss wieder Deutlich weitere Reichweite hier Was diese Kuppel hier angerichtet hat Auch mit deutlich mehr Effekten Ich löse nochmal auf Hier die Dorns sind wieder erschienen Alles wieder beim Alten Die Dornen Die Dornen